Bisher habe ich mich zu diesem Thema eigentlich nicht geäußert, beziehungsweise nur mit einem Video und das war auch ganz am Anfang von dem Ganzen. Allerdings finde ich, seit bestimmten Punkten ist es gewisse Maße an der Zeit vielleicht auch mal ein bisschen seine Meinung dazu zu sagen. Und problematisch ist es momentan einfach nur, dass ich weiß, dass ich mit diesem Video im Prinzip einfach meinen Kanal aufs Spiel setze, weil ich habe ein Video dazu gemacht, ich weiß nicht, ob das jetzt schon hier online sein wird, wenn ich das Ganze hier upload. Und problematischerweise sind die sozialen Medien dabei, ja, nicht nur jede Kritik, jede Meinung im Prinzip zu zensieren, zu löschen, die Kanäle zu entfernen, also wirklich auf Lifetime zu bannen, die halt eben dieses Konsenses halt eben abweicht. Und das ist nicht nur irgendwie eine, ja, nicht irgendwas, was man beobachtet, sondern das schreiben die. Das schreiben die wortwörtlich, das kommunizieren die so, das haben die in den Pressenbeteilungen so rausgegeben. Da heißt es zum Beispiel wortwörtlich, jeder, der halt, also das ist nicht wortwörtlich, aber halt so sinngemäß, jeder, der halt den Fakten oder den Informationen des RKI's beziehungsweise der WHO widerspricht, muss zum Beispiel rechnen, dass sein Video entfernt wird oder sein Kanal gelöscht wird. Und derjenige darf dann auch in Zukunft keine Kanäle mehr auf der Plattform öffnen. Also er ist quasi dann, ja, sein, also man ist quasi als Person von dieser Plattform lebenslänglich gebannt. Ja, äh, trotzdem finde ich, ähm, will ich hier mal zu was sagen. Ähm, und ja, okay, ich widersprich aus dem Gesundheitsamt, ist schön, äh, ich find's trotzdem scheiße und mir ist es persönlich auch ziemlich egal, was mir hier vielleicht vorwerfen kann oder will oder wird, ähm, weil ich einfach find, dass es halt einfach ein No-Go ist. Und ich mein, die ganze Zeit einfach sein Maul halten und einfach nix sagen, ist scheiße. Sage ich jetzt ganz ehrlich so. Ich mein, wir diskutieren jetzt mal nicht drüber, ob die ganzen Maßnahmen, die es gibt, positiv sind, negativ sind, aber ich finde, es gibt Sachen, die gehen viel zu weit. Und ich mein, da gab's zum Beispiel, äh, in Bayern, ähm, diese eine Schule, der hat, äh, also, da mussten die Kinder dann, äh, wenn die rausgingen, äh, äh, die mussten sich also, äh, also, mussten sich alles an der Schnur dran halten, daran festhalten, durften dann an dieser Schnur entlang, äh, auf den Pausenhof gehen. Da gab's ein Kreuz auf dem Pausenhof, wo die sich hinstellen mussten für 20 Minuten, bis die Pause um war und durften sich von diesem Platz nicht bewegen. Funny Fact, äh, oder Fun Fact, ähm, diese Schule, ähm, ist in einem Ort, wo ein guter Freund von mir wohnt und deswegen fand ich das Ganze eben noch krasser dann. Okay. Nächster Hammer, das Gesundheitsamt will ältere Kinder wegnehmen, ähm, wenn die sich, äh, Maßnahmen widersetzen, ihre eigenen Kinder zu isolieren. Ja, ähm, da fehlen mir jetzt eigentlich schon die Worte, das, wo ich eigentlich gar nicht weiß, was ich jetzt wirklich sagen soll, weil ich das einfach so unglaublich finde, ähm, und nicht im positiven Sinne, definitiv, Gesundheitsämter vor den, äh, Katja, ich will jetzt mal, Gesundheitsämter, Gesundheitsämter in mehreren Bundesländern vor den Eltern in der Corona-Krise dazu auf, ihre Kinder in häuslicher Quarantäne getrennt von der Familie in einem Raum zu isolieren und auch in Mahlzeiten getrennt vom eigenen Kind einzunehmen. Und das schon bei Verdacht, ja, außerbezeichnend Verdacht auf Corona-Infektion. Äh, also, wenn man mit 30 Leuten in der Klasse ist, dann, äh, wird dieser Verdacht wahrscheinlich 24-7 das ganze Jahr wahrscheinlich bestehen. Also, ich meine, Menschen und, äh, nahezu alle Säugetiere sind eigentlich Herdentiere. Und gerade Kinder, die ihre Eltern brauchen, ähm, also, ich weiß nicht, was da vorgeht. Also, es gibt sogar, ähm, einen Leitfaden, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber ich habe das mal gelesen, ähm, was Vernachlässigung, äh, anbelangt. Und Vernachlässigung, äh, ist offiziell, äh, eine Tat oder, äh, ist halt etwas, äh, was, ähm, Jugendämter, äh, bevollmächtigt, äh, Kinder wegzunehmen aus Familien oder von den Eltern. Und, äh, Gesundheitsämter hier fordern wirklich tatsächlich, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich zwei Wochen lang ihre Kinder zu isolieren, nicht mit denen zu essen, keine Nähe mit denen zu verbringen, äh, also im Prinzip eigentlich alles machen, was Kinder halt wirklich unglaublich, äh, wichtig oder nötig brauchen. Also, ich muss sagen, äh, dass sowas von Gesundheitsamt kommt, das ist, das ist eine neue Qualität von, von Dummheit, das muss man schon sagen. Ähm, wörtlich heißt es da, ihr Kind muss im Haushalt Kontakte zu anderen Haushaltsmitgliedern vermeiden, indem sie für zeitliche und räumliche Trennung sorgen. Keine gemeinsamen Mahlzeiten. Ihr Kind sollte sich möglichst alleine im Raum getrennt von anderen Haushaltsmitgliedern aufhalten. Also, wenn einer da krank ist, dann ist, glaube ich, die Chance, dass es alle kriegen relativ hoch und, ja, wie auch immer. Wenn ein Kontakt nicht zu vermeiden ist, gilt die Maskenpflicht in den eigenen vier Wänden. Hä? Die Androhung bei Zuwiderhandlung und eben Nicht-Isolation der Kinder im eigenen Haushalt sollen die Kinder aus der Familie gerissen und für die Dauer der Quarantäne in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht werden. Also, wenn man als, äh, als jemand zum Beispiel Tiere von ihren Muttertieren wegnimmt, dann laufen die, äh, die Tierrechtsorganisationen in Sturm. Die verklagen dich bis aufs letzte Hemd und du hast keine Chance, dagegen etwas zu tun. Wenn man es bei eigenen Kindern macht, boah, dann ist es halt in Ordnung, dann, 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 dann ist es halt einfach so. Ne, also, ich meine, ich finde das wirklich unglaublich. Also, da, da kann ich, da weiß ich nicht mehr, was ich zu sagen soll. Äh, ich, ich glaube, wir, wir, wir sind einfach noch immer im Dritten Reich. Also, das Dritte Reich, glaube ich, hat einfach nie aufgehört. Das ist verrückt. Also, das ist, das ist wirklich verrückt. Ich meine, auch eine Maskenpflicht in den eigenen Wänden, wir sollen das kontrollieren. Soll es denn vielleicht irgendwelche Leute geben, die dann Belohnungen kriegen, so Stasi-mäßig, äh, wenn dann irgendwelche Tabs kämen, so, hey, oder so, kommt zur Polizei, wenn hier, äh, ihr irgendeine Familie seht, wo es nicht eingehalten wird und so, oder so. Also, ich weiß es nicht. Es ist, ich finde das unglaublich. Und ich meine, gerade so in Deutschland, äh, so im Land, wo sich die ganzen Leute alle selbst verknacken, äh, hast du irgendeinen Nachbarn, der dich nicht will und so, beschuldigt dich halt einfach von irgendwas. Er ist, er kann es nicht beweisen, du kannst es nicht beweisen, Gesundheitsamt macht es halt vielleicht einfach trotzdem. Also, wie gesagt, ich meine, dass man, dass man tatsächlich solche barbarischen, äh, Dinger im Jahr 2020 hier irgendwie anwenden will, finde ich, finde ich heftig. Also, vor allem, ich meine, kein Kind geht zwei Wochen in eine geschlossene Einrichtung, äh, und, und leidet nicht darunter. Also, ich meine, wenn es zu sowas kommt, dann sind die Kinder traumatisiert. Und, ich will mal sagen, das ist irreversibel. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es, dass es, ich glaube einfach nicht, dass man mit dieser Maßnahme in irgendeiner Art und Weise irgendjemandem hilft. Also, ich meine, selbst wenn die ganze Familie gegangen wird, so what? Aber, ähm, jetzt mal im Ernst, das ist es nicht wert, irgendwelche Kinder zu traumatisieren. Oder wörtlich, sollten sie der Absonderung betreffenden Anordnungen nicht nachkommen, oder ist aufgrund des bisherigen Verhaltens anzunehmen, ja, ist anzunehmen vor allem, dass sie der Anordnung nicht ausreichend Folge leisten, ist eine abgeschlossene Absonderung aufgrund des Bevölkerungsschutzes in der geeigneten geschlossenen Einrichtung erforderlich. Des Bevölkerungsschutzes, klar. Ich meine, wenn man zu Hause sich, beziehungsweise seine Familie unter Quarantälen ersetzt, also er quasi einfach nicht mehr rausgeht und zwei Wochen einfach drin bleibt, dann ist natürlich die Bevölkerung massiv gefährdet und so. Also, klar, das kann natürlich jeder nachvollziehen, oder? Und auch wirklich nur das, äh, wenn man nur bei der Annahme, in der Annahme reicht, das ist eben genau das, wovon ich gerade eben gesprochen habe. Du hast irgendeine Nachbarn, du hast irgendwie Stress um jemanden, du hast irgendwie Probleme, du, irgendwer hatte ich auf dem Kicker, der kann dich einfach anzeigen und bam, du kannst nichts gegen machen. Ich meine, das Ganze wird sowieso von den Verfassungsgerichten und vom Bundesgerichtshof einkassiert. Aber das Ding ist einfach, dass unsere Regierung momentan Gesetze erlässt, wo sie weiß, die einfach massiv gegen das Grundrecht oder gegen das Grundgesetz verstößt. Also sagen einfach, ja, interessiert uns nicht, wir machen es einfach trotzdem. Selbst wenn es kassiert wird für zwei, drei, vier Wochen und vielleicht für ein paar Monate ist es halt eben trotzdem dann gültig. Und ich meine, solche Gesetze oder solche Verordnungen, es sind nicht mal Gesetze, solche Verordnungen einfach, nur solche Dekreter, die richten einfach gigantischen Schaden an. Und ich meine, Kindersälen sind halt einfach extrem fragil. Also ich finde, da hört es halt einfach komplett auf. Und ich meine, selbst der Kinderschutzbund hier schreibt schon, ja, die Situation in der Quarantäne ist für Familien, insbesondere für Kinder, ohnehin sehr belastend. Und wenn man zum Beispiel sich mal anschaut, wie die Zahl der Depressionen und so weiter hier hochging, das ist verrückt. Also zumindest in einem Fall, der uns freut, wird der Familie bei Zuwiderhandlungen mit der Herausnahme aus der Familie des achtjährigen Kindes gedroht. Also ich finde das verrückt. Und ich meine, ich finde es einfach wirklich komplett verrückt, mit welcher Brutalität das da auch wirklich vorgegangen wird und wie sich halt auch wirklich keiner traut, einfach irgendwie zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung. Ich meine, okay, im Fernsehen werden nur die Leute eingeladen, die pro diese Maßnahme oder für diese Maßnahme sind und so. Aber selbst da, ich meine, keiner hat irgendwie die Eier in der Hose, tatsächlich zu sagen so, hey, das ist nicht richtig. Und ich meine, es ist auch nicht richtig. Also ich meine, da braucht man doch einfach nicht, da braucht man doch gar nicht mal drüber diskutieren, oder? Also ich meine, es kann jetzt keiner sagen und hergehen zu mir und sagen, ja, ich finde es aber richtig. Damit werden irgendwelche Menschenleben gerettet oder so. Das ist Bullshit, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich meine, stellt ihr euch mal vor, wenn ihr jetzt oder wir vielleicht mit acht Jahren wart, ich gehe nicht mal von aus, die meisten sind älter als acht oder älter als, wahrscheinlich älter als 18 sogar. Also wenn da irgendwie drei, vier Leute in Schutzanzügen in euer Haus rein spazieren, dann einfach so sagen, yo, wir nehmen euer Kind weg, beziehungsweise wir zu euch als Kind und sagen, wir nehmen wir dich jetzt mit, du wirst jetzt zwei Wochen eingesperrt. Ich meine, die kommen ja nicht irgendwie so mit Anzug oder mit, 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 sind nicht irgendwie so zwei nette Frauen, die vielleicht kommen und sagen so, hey, ja, kommen wir jetzt mitkommen oder so. Also wenn es da ja irgendwie dann um solchen, um so einen Verdacht geht von irgendeiner Infektion, von irgendeinem Virus, dann kommen die ja so wirklich in voller Montur und so. dann, das ist ja, ich meine. Ich weiß noch nicht, ja, in sowas kommen die dann vielleicht. Und ich weiß nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwie ein kleines Kind ziemlich traumatisieren wird. Also wie gesagt, das ist einfach komplett verrückt. Das ist, ja, danke fürs Zuschauen.